Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Monopoly, ich glaube ich werde meine erste Folge das große Havisku Monopoly-Spiel nennen Und der Erik ist dran Hey Erik, das geht, das ist dein Bahnhof, ist dein Bahnhof, ist dein Bahnhof Alter, das ist doch unfassbar Ich wurscht mich wieder, ich wurscht mich wieder Der hat so einen Scheiß sogar einfach Ich wurscht mich Da kann man ja nur, da kann man ja nur bankrott gehen, wenn man kein Glück hat, ey Lustig, lustig wäre, wenn der Erik am Ende gewinnt und hat Ja, ne, er hat einfach nur Bahnhöfe und gewinnt damit alles Das wird, das wird aber sowas von nicht passieren, das wisst ihr, ne Er ist einfach der Bahnimperator, alter Also ich glaube, meine Vermutung ist, der Tobi wird es machen Der Tobi wird es spielen Ja, weiß ich nicht, ich brauche nur auf ein doofes Haus jetzt Ja, das kann sich halt wirklich schnell ändern, ne Das ist halt echt, aber mir ist egal, Tobi, bei mir zahlst du nur uns, der Opferzugspreis Oder vier Weißt du was? Oh, jetzt legt er los, jetzt, jetzt legt er los Jetzt wird er wissen Boah Dann kann ich den nicht 100 oder 150, ne Achso, hä, hier Ich kann das gar nicht Warum kann ich in den Haus? Was ist eine Investition? Ich muss das auf allen ein Haus haben Ja Ah, wusste ich gar nicht mehr Okay Und jetzt end, bankrott Oh mein Gott, alter Okay, naja, gut Bei mir wird es nicht teuer So, warte mal, ich muss mal eh Wurde sind teuer Ähm, was haben wir denn? Ich wollte nur konkurrenzfähig bleiben Warum seh ich denn deine Bahnhöfe? Ja, ich seh auch bei dir ne Straße von dir Ich hab die gelben, die lilianen und das orangene, ne Wahrscheinlich, wenn man da gerade drauf steht Sonst hab ich gar nix, ne Ja, na, ist auch zu wenig Curry Nee, ich wollte gerade gucken, ob ich was verkaufen kann vielleicht Du armer Mann Ich hoffe, ich hab Glück Bitte Ja, ich, wow, mega Glück Oh, deine eigenen Dings, ne? Ja, ja Ja, krass Alter Oh, gut Gut Ey, das gibt's doch nicht Danke Curry, danke Der alte Mann und die Oma Oh Mann, ey Das wird mein letzter Zug sein jetzt Das wird, das wird jetzt wirklich mein letzter Nein, komm, da ist er doch gar nichts gegessen Tobi, du musst mich retten, bitte Nee, das will ich einfach nicht Benefit-Spiel, Benefit-Spiel Was? Oh, oh Aber nur, wenn's Nü-Bürger gibt So, die Pan Oh, ich rolle jetzt aber viel hier Oh 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 Gott, zwei Häuser Hey Pan, was geht, Alter Alter Was geht Und schon ist der Curry wieder in-game, Alter Danke, Tobi, Mann, danke Oh, wie die Scheiße Der Tobi hat nämlich die Würfel manipuliert, geiler Typ Ja, ist noch nicht vorbei, ist noch nicht vorbei Ja Hast du dem Curry nicht die Straßen verkauft? Nee Ihr müsst alle machen über meine Straßen, komm hier Aber es sind aber eh seine Straßen, also kein Stress Ja, stimmt, ja, ist easy Ich glaube an das Glück Oh mein Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott Tobi, was geht, Alter Oh nein Ach, der ist doch teuer, der ist ja teuer Alter, für dich ist halt echt nix Ohne Scheiße Oh, ja Oh, das ist echt so Man ist echt froh, wenn man eine Runde so rum hat, ne Ja Echt Es ist halt so angsteinflößend Ich hab so Schiss vor meinem nächsten Zug, weil guck mal wo ich bin, ey, das ist halt richtig mies Ich will überhaupt gar nicht dran sein, so weißt du, ich will einfach nicht dran Komm, komm Man will ins Gefängnis einfach nur, um Bilder rein Oh nein Alter, das ist Tobi Oh mein Gott Oh mein Gott Oh nein Oh mein Gott Oh mein Gott Okay, das war's für mir Manchmal passieren schlimme Dinge Ach, du Scheiße Boah Boah Alter, okay, ihr müsst das irgendwie klären Der Tobi hat noch eine Straße voll und dann, weil das das ja gibt Du kannst Leertaste, um Schulden zu begleichen Tobi willst du vielleicht mal eine braune Straße haben? Du hast aber noch alle drei roten, also, ne? Ich hab ja, ich hab doch sonst nichts, Alter Ja Tobi, was kann ich dir anbieten? Für 40, da sind ja nur 40, die da fehlen Ja, dann gib mir deine braune Straße, komm Ey, was? Aber das geht doch gar nicht, du hast doch Schulden, ich glaub das reicht gar nicht Du musst ja, du musst ja die Schulden gleich Hä? Ich bin inaktiv, ich bin nicht inaktiv, Spielmann Hä? Aber warte mal, wie geht das nochmal? Doch, du musst halt dein Geld und die Straße Hande mit anderen Spielern? Achso, warte, ich mach jetzt Ich tue deine Grundstücke Hier steht aber auch benutze Hä? Nein, 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 geh weg Der Tobi, der Tobi Hier steht aber auch benutze die Karte, um Geld aufzutreiben, was bedeutet das? Ja, das ist aber Leertaste, das willst du mal kurz Das Spielbrettübersicht, da kann ich nur das hier machen Und ich weiß nicht, wie ich hier Geld auftreiben soll Ich glaub der Tobi muss dir die braune Karte für ein bisschen was abkaufen, damit du halt 900 hast, damit du das zahlen kannst Okay, da hab ich natürlich null übrig, das heißt Ja, aber da muss der Tobi vielleicht ein bisschen mehr geben Ihr könntest aber auch ein Haus verkaufen oder irgendwie Tobi 910? Ja, ja, mach ruhig, mach ruhig Auf Häuser kannst du Hypotheken machen, die kannst du, dann kannst du auch Geld einnehmen Okay Warte mal, ich, wie viel fehlt noch? Weiß das jemand? Äh, ich hab keine Ahnung Hm? Wie viel fehlt noch gerade? 860 oder so, ich bin mir nicht Oder 890, ich weiß es nicht genau Warte mal, ich muss noch mal ganz kurz zurück Warte mal 860, ja 860, erst 14 Ja, du brauchst ja noch mehr, du bist ja da null Da bist ja trotzdem bankrott, oder? Ja, ja, weiß ich nicht Oh mein Gott, bei mir wird das genau derselbe Fall sein, Alter Ja komm, dann mach mal ein Hunderter da noch, komm Baut die Straße und ich geb dir noch ein Hunderter Das ist super lieb Ich tanze auch für dich, Tobi Das ist, äh, das, äh, ja Gib ihm 104, komm, das ist deine Lieblingszahl Hä, nein, das ist... Ja, 104, genau Mach 104, komm Ich mach 104 Mach 140, komm Aber sie verfolgt mich Mach 1400, mach 300, komm Alles klar, komm, ich mach 300, okay Nein Äh, und jetzt? Bedien dich eine Karte, deine Karte musst du annehmen Ja, ja Nee Nee Gib mir einfach das Geld Mit Enter Jetzt aber Ja, ja, wollte er grad nicht Okay Einverstanden Ja Wie schnell das Ding hat Ganz ehrlich, der Tobi würde uns eh alle besitzen, das wisst ihr Alter, der Tobi hat uns so ge... Alter Tobi ist mein Sugar Daddy Boah, harte Harte Das warst du nicht Alter Du bist halt jetzt immer noch auf der Seite, du musst trotzdem nochmal würfeln gleich Ja, ja Aber ich jetzt auch 2.000, der kauft jetzt fette Hotels, das wisst ihr Ja, ich werde jetzt richtig, ich werde jetzt richtig am Arsch sein Also gerade abzusehen, dass der Tobi eventuell der Spiel gewinnt So habe ich gesagt Der Curry könnte noch vom Tobi ein bisschen was kriegen und schnell was bauen, das würde auch noch gehen Oh mein Gott Aber es wird letzten Endes zwischen den beiden laufen, glaube ich Es sei denn, jemand landet bei der Pan und zahlt Rons Alter, das gibt's doch nicht Genau da dazwischen Es ist doch unfassbar Alter, wir sind doch eine Firma Curry Ja, ich weiß Ich weiß Das ist auch nicht so schlimm Das ist auch nicht so schlimm Das ist auch nicht so schlimm Ich muss jetzt einfach Glück haben Alter Du hast Glück Pan Möcht' ich aber noch vorbei? Alter, das ist ja knapp Oh ne, du hast Glück Es ist halt wirklich Erik, oder? Erik, ja Ja Ja, aber hier ist ja die 200 Die 200 Ja, guck mal, wie viel Geld ich nur noch habe Oh mein Gott, Pan, Alter Ja, aber der Erik kommt eigentlich einfach auf die Schlossallee und dann bist du wieder fein raus Ja, genau so sieht's aus Wie scheinlich das so Ist er nicht, weil der Erik kann ja nicht bezahlen, oder? Ja eben, deswegen Ich meine ja, die Pan ist fein raus Dann ist sie wieder fein raus Ich bin raus, ich bin nicht fein raus, ich bin raus Oh Gott Ja Alter Okay, Tobi, dann machen wir's Das Schlimmere an der Schlossallee ist Das Schlimmere an der Schlossallee ist Boah Das Schlimmere an der Schlossallee ist Alle landen drauf, wenn sie verkauft ist Oh nein Ähm Ähm Nein, ey, ey, das gibt's nicht Oh nein Achso Ey, der fährt komplett durch Boah Und der geht in den Knast Das heißt, der wird auch diese Straße überspringen Ist doch kein Wunder, dass er so reich ist Ich wusste, das war nicht legal verdienen Alter Jeder ist noch gar nicht Ich will auch im Knast Ich will auch in Knast Ich will auch den Bullen überhaupt nichts zahlen Das ist gar kein Problem Die sollen mich durch einbuchten Alter Tobi Das ist schon absolut in Ordnung Alter Alter Wie machen wir das denn? Hör mal auf zu spielen, wenn einer dann raus ist? Hä, nee Wir müssen doch einen Gewinner sehen Ja eben Wenn das dann weiter geht Das wird dann eh schneller gehen Das wird dann eh voll schnell gehen Auch wenn ich rausfliege, dann werde ich natürlich gucken, was passiert Oh nein Ich weiß doch jetzt nicht, was ich gewürfelt habe Was ist das für eine Kacke? Du kannst jetzt aussehen, ob du drei, sechs oder neun Felder verschieden willst Oh, Alter Ist egal Ich ziehe durch Alter Hier Pan, nimm Ja, dankeschön Davon hole ich mir die Cola Das ist unfassbar Ich werde jetzt sterben Ich werde sterben Nein, Currybein Ich kaufe jetzt für den Rest der Kohle Hotels Also Häuser Ist das doof? Nein Und fahre dann erstmal eine Woche in Urlaub Geht das bei Monopoly? Ich finde das habe ich mir verdient Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Ich bin so am Ende Ich hab den Bus Was ist das, wenn du den Bus hast? Dann kann ich verschieben, aber ich weiß nicht wohin So Ja, ja, ich geh in den Knast Ich geh in den Knast Tobi Ich geh in den Knast Tobi Ich bleib hier drin Ist mir scheißegal Ich bin drin hier Geil, Tobi Ja, moin Freut mich Schön, dass wir endlich mal unser angesetztes Meeting hier machen können Die Großmogule sitzen im Knast wie ein Wunders, Alter Und Paschpan, das ist aber ärgerlich Naja, jetzt kommt sie glaube ich bei sich hin, oder? Und immer los Hey Pan Oh, er eingefällt Oh, oh, oh oh Bitte was tut es Pan muss ja gleich nochmal Was? Noch mal ne Fügel, Alter Hey Pan Wuhh Schön läuft Und nochmal Würfel Zurück ins Leben Pan Jaaaa Sie sind dran Ich würfel nochmal Ich würfel nochmal Ich würfel auch in Knast Ich würfel auch in Knast Pan kommt zum Besuch Hey Tobi, hey Hey Tobi, hey Scheiße Alles zusammen! Die Reichen werden noch reicher! Hey Tobi, wir sind doch so schön gemütlich, würfel doch mal, komm! Ich würfel, komm mal hier, komm mal hier, nur für dich jetzt! Wäre so geil, wenn du jetzt ein paar schwerst, Alter! Dann würde ich so lachen! Schade, Tobi, schade, schade! Ich wäre so gerne rausgekommen jetzt, ne? Ja, ich hätte es dir auch gekönnt, ne? Ihr brennt das Arschloch schon, das ist unfassbar, ey! Was? Oh nein! Oh, hey! Erik, mal ein bisschen mehr Motivation! Besuche ich euch jetzt, oder? Nein, ne? Ja, hey, Erik, was geht ab? Doch, sag doch mal hallo, sag doch mal hallo, hey! Was geht ab, Erik, hör mal, ich schau dir zu, aus dem Glas! Schön, Curry, hier, komm, ich werf dir und vorbeigehen 20 Euro überlebt! Ja, danke, hör mal! Oh Gott! Achso, du kriegst echt wieder Zigaretten, ey! Okay, ich probier mal beim Glück! Curry, komm, ich schläg dir echt die Daumen jetzt! Ja! Schade, ich schade, Curry, schade! Oh, ich hätte es dir so gegönnt! Knappe Sache, weißt du? Dass du endlich rausgekommen wärst, Curry! Ja, er hätte halt wirklich gemacht! Nein, nein, das ist nein! Ich war auch im Klass! Hey, Pan, was ist los? Ja, Curry, extra noch für dich! Was sind denn das für Kleinbeträge die ganze Zeit? Ja, da stehen noch keine Häuser! Die sind ja noch nicht so wie wert, weißt du? Hey, Tobi, versuch mal dein Glück, komm! Hey, warte mal! Guck mal her, Curry jetzt! Warte mal, ich muss aber vorher noch mal ganz kurz Curry, ich hab noch Business gerade hier zu verwalten! Achso, ja gut, das kann ich verstehen, ne? Wie viel Geld der Tobi hat? Ja, Mann! Nein, bitte! Oh, Tobi! Das mit den Hypotheken kann man aber nicht machen, ne? Was ist das? Ja, Hypotheke ist halt, wenn du das, wenn du das, ähm, halt... Wenn du Schulden hast! Ja, wenn du Schulden hast, genau, dann... Okay, okay, okay... Ja, gut, komm! Kann man mal sagen! Alter! Oh Gott! Junge, wenn du da jetzt ein Hotel draufsetzt, ne? Okay! So, ich probiere mal mein Glück, okay Curry? 2016! Ja, probier mal, Tobi, probier mal! Versuch mal! Ah, schade! Ah, schade! War nah, war nah dran! Ihr seid so ne Maden! Ihr seid so scheiße! War nah dran, Tobi, ey! Tobi, nein, Tobi, nein! Alter, du musst erst überall die Holzer... Die da oben sind wieder unantastbar! So, bitte nach euch! Ja, nein! Ich, ich... Und das alles nur, weil er im Vorstand ist? Ja! Oh! Ich kann mich ja bei VW jetzt mal bewerben, oder? Die suchen noch ein Stück getan! Oh, hey, Erik! Was geht ab? Super! Boah! Was geht ab, Erik? Hey, danke, Mann! Oh, Hase! Oh, Hase! Es ist vorbei! Die Firma läuft, Tobi! Bye, bye! Sehr gut, Curry! Sehr gut, Curry! Sehr gut, Curry! Ich versuche mal nochmal mein Glück, Tobi, ne? Falls du was dagegen hast! Curry, der arbeitet sich wieder zurück, ne? Ach, guck mal! Wieder, aber ihr sitzt im Kissen! Ah! Schade, schade! Knapp! Knapp! Knappes Ding! Ich hätte es mir echt gegönnt! Ich habe Angst! Ne, das geht! Das ist alles gut! Oh, wobei! Die drei habe ich nicht gesehen! Oh, Gott! Hey, Pan! Was geht ab? Hey, Pan! Hey, Pan! Was geht ab? Hey, Pan! Hey, Pan! Hey, Pan! Oh! Also, eine ist davon... Da wäre es doch schuldenfrei, ne? Also... Nur mal so! Die Braune! Die Braune! Ja, die Braune ist ein bisschen wenig, ne? Tobi wird es überhaupt... Da hast du den Tobi in der Hand! Der Tobi wird alles tun für die Braune später! So, warte mal! Wie ist das jetzt? Ich muss... Ja, ich brauche ja jetzt nicht wirklich viel! Nein! Du kannst, glaube ich, auf deinen Grundstücken eine Hypothek aufnehmen! Guck mal, der Tobi hat die Braune für den Hunni! Weiß ich aber nicht! Oder? Das kann man doch machen! Weißt du was? Ich mache das jetzt! Hä? Ich mache das jetzt! Nein, was? Doch! Oh mein Gott! Und jetzt? Achso, jetzt... Achso, jetzt ist das Hotel weg! Äh, jetzt ist das Haus weg! Ja, ja, genau! Hey, das hättest du für 100 ruhig mal kaufen können! Hä? Sie hättet ihr mir doch das Angebot machen können! Ich soll jetzt im Auto machen! Ich hab doch gar nichts gesagt! Ich hab doch gar nichts gesagt! Ich hab schon so wenig! Ich will nicht noch mehr verlieren! Ja, aber guck mal, die beiden Großmogule sitzen im Knast! Es ist doch eh vorbei, Hase! Es ist doch eh vorbei! Mann! Tobi, versuch mal dein Glück! Aber ich will, dass du lebst! Curry, bist du... Was passieren denn wir? Ja? Soll ich mal schütteln, Tobi? Ja! Zack, guck mal! Gluck, 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 gluck! Oh, scheiße! Entschuldigung, Tobi! Das wollte ich nicht, ey! Aber er wär eh mal ne letzte Runde im Knast gewesen, also passt schon! Hey, Tobi, was geht ab? So schnell sind wir die wieder! Kein Problem, Mann! Zack! 28! Jetzt hab ich auch ein Kaffeekästchen! Danke, Tobi! Danke, Mann! Die da oben sind so großkotzig! Da oben im Wolkenkratzer sitzen! Hast du gesehen, Erik? Hashtag abgehoben! Curry, hast du schon mal ein neues C-Klasse-Coupé gesehen, eigentlich? Ne, zeig mal! Hase, pass auf! Alter! Ahn, du wirst mich pleite machen jetzt, glaub ich! Ich nicht, der Tobi! Oh! Ne, das bist du! Das bist du, Erik! Ne, er eingestellt! Er eingestellt! Der Karte noch! Nehmt sie nicht auf, sagt er auch noch! Alter! Hey! Nein, ich will die Karte nicht! Nein, die kannst du behalten! Gib den Großmogul, ich will die nicht! Die kannst du behalten, Erik! Die Hochfinanz soll diese Karte haben! Scheiße! Ich versuch nochmal mein Glück, Tobi, ne? Versuch mal, komm! Ihr Schweine, ey! Ah, komm! Ah, schade, schade! Nah dran! Ich war echt nah dran! Schade! Boah, ich hab richtig, ich hab voll Angst! Hey, jetzt muss ich bezahlen! Oh, toll! Wow! Hey, Erik, was geht ab? Hey, Curry! Kannst du mal 200 Euro leihen? Das wär echt lieb! Ach, das gibt's doch nicht, ey! Kriegst du auch wieder, ich schwör! Ja, Mann, ey! Oh, Pan, hey! Oh Gott, ich guck nicht hin! Easy, easy! Oder? Ja, ja, du bist super! Oh, was? Ja, nice! Aber! 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 Oh! Krass, der Tobi, Alter! So ein Raff-Zahn! Ja, Raff-Raff! Raff-Raff-Raff-Raff! Raff-Raff-Raff-Raff! Oh Gott! Ich hab ein bisschen Angst! Ey, das ist mein Geburtsdatum, hab ich da gerade als Zahl! Hey, 1992, Tobi, du bist ja voll alt! Das ist meine Unglückszahn! Voll jung! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, Tobi! Oh mein Gott! Hey, Tobi! Komm auch vorbei, Tobi! Im Jahr 312, oder was? Ja! Du Dreckstau! Ja, das ist doch, äh, das ist doch! Also, ne, dann sag ich doch mal! Guck mal hier rüber! Hä, Tobi, wie das denn du? Dankeschön! Oh, Gnadenbrot! Geil! Oh mein Gott, jetzt wird's... Alter, jetzt wird's... So, erstmal alles... Erstmal alles in Koks investieren! Weil ich das Straßenleben nicht mehr ertrage! Und dann wunderst du dich, warum du keine Miete bekommst! Alter, ich werd jetzt so totgehen! Pasch 2! Okay! Hey, hey, hey! Hey, Pan, komm! Wir schaffen das! Wir schaffen das, wir schaffen das, Pan! Oh mein Gott, ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht, bitte! So, jetzt komm, da könnt ihr mal ein richtig fieses Tobi-Feld, Alter! Du musst aber erst den Zug baten! Achso! Aber wobei, ich bin ja hier vorne, okay, ja, gut! Achso, easy, easy! Du kommst ja grad frisch aus dem Knast! Hä, was machst du mit dem armen Hund immer? Ab in den Knast, komm! Hat er am Knast gelernt! Was?! Alter! Hey, das ist doch unfassbar! Direkt du kommst wieder! Das ist unfassbar, Mann! Das ist nun aufgelümmen! Das gibt's doch nicht! Vom Bahnhof zu Bahnhof! Willst du mich verarschen? Ich will wieder ins Gefängnis! Eui, 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 eui! Ich will ins Gefängnis, bitte! Guck mal, Curry, da kommt die Kohle wieder direkt zurück in die Tasche! Hey, Pan, was geht ab?! Yeah! Curry, ich kauf dir Lilanstraße über 200 ab! Alles klar! Hey, Tobi! Gefällt mir gar nicht, oder? Keine Angst, Tobi! Du hast genug Kohle! Aber wenn bei Pan einer irgendwer draufkommt, dann ist sie sofort wieder da! Was heißt jetzt, um ein Feld verschieben? Geh ich denn nur ein Feld nach vorne? Ich hab keine Ahnung! Nee, ich geh immer mehr nach vorne, ne? Ich hab wirklich keine Ahnung! Das ist komisch! Ich probier's einfach mal! Okay, jetzt war's tatsächlich nur ein Feld! Wow! Darf's nicht! Hoooo! Alter! Alter, das gibt's doch nicht! Danke, der Herr Monopoly! Alter, das bin ich! Achso, danke! Tobi, die Zukunft! Ach nee, ey! Warum hab ich hier noch so ein Glück? Hey, ich bin dran! Ich will nicht dran sein! Wieso bin ich schon wieder dran? Das geht viel zu schnell! Es ist an der Zeit! Pass! Pass, Erik! Nice, Erik! Oh! Hey, Tobi, was geht ab?! Sorry, Erik! Alles klar, Tobi, ich brauch Strom für meinen Rechner! Wie kost das? 40! Das wünschst du dir! Für eine Stunde! Das wünsch ich mir wirklich! Voll der Schnapper! Voll der Schnapper! Voll der Schnapper! Dann probier's doch nochmal, Erik, komm! Nee, ich will, ehrlich gesagt, ich will... Oh Gott, fuck! Ich guck gar nicht... Ah, das geht ja voll! Nochmal Pass! Jawoll, hey! Ich hasse Monopoly! Glückwunsch, Erik! Ich hasse Monopoly! Hey, Erik, was geht ab? Na weh, langsam verdächtig hier! Was geht ab, Erik? Ja, komm Curry, komm! Versuch doch nochmal dein Glück! Komm, grad hast du noch so ne Glückssträhne! Das kannst du doch mal wagen! Boah, jetzt nochmal Pasch, aber geh ich in den Knast, oder? Bitte Pasch! Aber wahrscheinlich nicht! Okay! Mit dem Pasch! Shit! Das ist der dritte Wurf! Bitte Pasch! Papa braucht neue Schuhe! Alter, jetzt... Oh Gott, wo komm ich jetzt hin? Nein! Ja, es geht, es geht! Hey Erik, was geht ab?! Ohhhhhhhhhhhh! Ahhhhhhhhhh! Juxli, ich hab doch gesagt, du kriegst es wieder! Hab ich doch gesagt! Ja, danke, Mann! Gerne, gerne! Da fehlt aber noch ein bisschen was! 70 kommt später! 70 hab ich noch auf Tasche! Okay, alles klar! Brauch ich noch für Drogen! Auf den Straßenleben! Achso! Du bist! Oh nein, ich werd jetzt sowas... Toby, du kriegst alles mein... Du kriegst jetzt mein Geld! Ne, 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 das geht schon! Oh, die gefährliche grüne Straße! Der Bus! Der Bus! Ich hab den Bus! Der Bus! Der Bus! Ja! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, du wärst wieder am Bahnhof gelandet gerade, schade! Oh! Alter! Bei dir, es war das... was war... ne, es war der Bahnhof! Würfeln Sie! Los! Oh! Oh! Schöne Elf! Hey Pan, was geht ab? Dat ist superlieb! Sie müssen Miete zahlen! Dankeschön! Bei Pan wird's wieder kritisch! Ja! Ja, das kommt aber alles wieder! Die Schlossstraße geht nicht ich! Alles in Ordnung! Vielleicht der Tobi! Ich zieh mir noch nicht auf! Tobi, komm! Ah! Da bist du, ne? Das ist dein Feld, glaub ich! Ja, mit Sicherheit! Ja, ja, ja! Nice! Ja! Der holt einfach alles! Der Boss kommt ja vorbei! Bonds nimmt sich ein... Alter, guck mal! Guten Tag! 900, Mann! Alter! Oh, Tobi, ernsthaft, ey! Was für eine tolle Firma wir haben! Ich will nicht! Oh mein Gott! Ich möchte nur ganz kurz sagen, es war schön euch kennenzulernen! Er schleicht sich wieder vorbei! Doch! Ein Privileg! Der geht mir aufs Fragezeichen jetzt! Siehste, siehste! Alles in Ordnung! Jetzt land ich bei Pan, oder? Oh mein Gott! Alles in Ordnung! Alles in Ordnung! Ist nicht so viel! Es geht! Aber durch, dass sie da eine Hypothek drauf hat... Wir schieben Geld mit der aus Steuergründen, das ist okay! Ja, sehr alt! Okay, ich hab Angst! Tobi, bitte sei gnädig! Bitte! Oh! Curry, ich kann das leider nicht beeindrucken! Es kommt doch aus wie ein Würfel, Curry! Ich weiß! Bitte! Komm, Hund! Aber du gönnst es dem Tobi doch! Okay, ich bin sowas von am Arsch! Ich bin richtig am Arsch! Ähm... Alter! 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 Und jetzt ballert er gleich mit Helz dahin! Alter! Curry, das bleibt aber in der Firma, ne? Das weißt du ja! Boah! Der Tobi tut alles so hart, ey! Curry, das bleibt alles in der Firma! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Heilige Scheiße, Mann! Das ist ein gemeinsames Imperium! Jetzt kriegt der noch mehr Geld! Alter! Oh! Nee! Der Tobi! Oh! Nee! Nee! Es geht nicht! Also, es geht wirklich nicht! Versuch! Nee, warte mal! Mach mal Kaution! Mach mal deine Häuser weg da! Von dem anderen! Die blaue Straße, oder? Ja! Mach mal die Häuser weg da alle! Wie viel Geld kriegst du dann? Nein! Mach die Häuser nicht weg! Nicht viel! Muss sie doch! Das lohnt sich nicht! Mach die blaue Straße weg! Ich krieg nur 300 damit! Tobi, willst du eine neue Straße haben? Die blaue... Die Schlossallee kann ich nicht abgeben, Mann! Aaaaah! Nee! Die blaue, die hellblaue! Das reicht aber nicht! Hä? Du brauchst nur 700! Ich glaub nicht, dass die so viel wert ist! Das sind drei Straßen, immerhin! Und vor allen Dingen eine neue Gelegenheit, für Dinge mehr Geld für Hotels auszugeben! Der hat so viel! Wie lautet ihr an! Allerdings würde ich das Geld jetzt auch sparen, Tobi! Die Hotels sind teuer, ne? Hä? Ja, ja! Hä? Ach, ich hab mein Haus draufstehen! Deswegen kann ich noch nicht warte! Ich muss erst das Haus... Moment! Okay! Also denke ich... Tobi, hättest du ein generelles Interesse an der Stra... an der neuen Straße? Ich frag nur mal! Für'n Freund! Normalerweise, um das Display auch mal zu Ende zu bringen, müsste ich ja sagen, nein! Aber ich... Ich mach es! Also ich... Ich zeig mir mal dein Angebot! Okay! Also es wäre... diese Straße hier, ne? Es sind drei Straßen! Und du bekommst mit Hotel 550! Es ist auch sehr günstig, wie du siehst! Es ist... Ja! Mach dich nackig für mich, Pan! Ja! Wie er die Hände reibt! Warte mal! Wie er die Hände reibt! Wie er die Hände reibt! Oh! Ich hab das Geld! Alter! Hä? Warte! Boah! Ja! Es wär... nicht wirklich viel, ne? Wieviel brauchst du denn? Ah, Mist! Scheiße! Warte mal! 680, glaub ich, bräuchtest du jetzt noch, ne? Das war ja ganz gut so. Ich hab 1000 Euro Schulden! Äh... Jetzt bist du wieder zurückgegangen! Ja, ja! Mach doch... Mach doch einfach ein Taui! Dann kriegst du den Taui gleich wieder zurück! Mach einfach 700! Da passt doch! Du kriegst... Du kriegst drei Straßen geschenkt, quasi! Ja, oder ein Taui! Oh, dann jemand! Ja! Wie lautet ihr Angebot? Ja, dann mach das mal! Tobi, hey! Danke, Tobi! Hier! Ich hab jetzt nur noch eine... ...einen einzigen Trumpf hab ich nur, ne? Der Tobi, ey! So, was muss ich jetzt machen? Du musst bei Tobi jetzt 1000 machen! Bitte könnt ihr nicht eingeben, Mann! Weil das Spiel super ist, du musst jetzt 1000 Stunden drücken! Pro Stunde geht also, geht's einmal weiter! So, und sonst so bei euch, alles gut? Alter! Boah, das Game, ey! Haben die es auch selber gespielt? Das war die zweite Show! Jetzt hab ich nur noch eine einzige Show! Ich weiß nicht, was passiert, wenn man das zu Hause so gegenüber... wenn man gegenüber sitzt spielt, ey! Hey! Handel ist der Motor der Geschäftswelt! Tobi! No! Ich wünsch dir viel Spaß damit und Dankeschön! Hey, Panos, ja richtig viel Geld! Am Arsch, wir sind... Ja! Hab ich wirklich! So'n Scheiß! Vor allem, er kriegt die halt original jetzt wieder zurück? Ja! Alter! Ich spiel nie wieder gegen Tobi Monopoly! Nie wieder! Alter! Im Leben nicht! Alter! Alter! Tobi, hast du mit deiner Familie... Wer hat denn braun? Ey, Tobi! Willst du mit deiner Familie Monopoly? Tobi? Was denn? Spielst du öfter mit deiner Familie Monopoly? Ne, nicht mehr, die sind an der Pleite! Was ist denn da los, Tobi? Nein, Tobi, nein! Okay, Alter, das ist ja schon hoch genug, ne? Ich will euch jetzt auch nicht zu sehr schröpfen. Aber hier kann man doch nochmal! Boah! Boah! Es ist alles, alles... Oh Gott, ich weine! So! Boah! Jetzt muss man ja auf jeder Seite Angst haben, Alter! Der war bankrott! Also wirklich! Hm, warte mal! Ja, ne, alles cool! Alter! Wäre lustig, wenn der Tobi jetzt auf die Schlossstraße gekommen wäre! Auf die Schlossallee, ne? Ja, das wird ihm nicht so wehtun! Rücke vor bis zur Schlossallee, bitte! Was?! Was?! Alter! Du bist so ein Wichser, ne? Das gibt's nicht, ey! Das war ein gemeinsames Business-Kurier! Na, jetzt los! Ne, dann... Ich fand den Mord jetzt nicht so prickelnd, eigentlich! Oh nein, ich will... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Pasch 2, komm! Jetzt Pasch 2! Ach! Ne! Ah! Ne! Ach du Scheiße! Ach ne! Jetzt wird lauter drüben laut der Tobi wieder! Wieso hab ich das eingefädelt? Das war eigentlich doof! Alter! Uuuuuh! Nein! Ich darf das noch so eingefädelt! Aber 90 geht! 90 geht! Alles klar! Tobi, bitte! Ach, das ist die Elisenstraße! Ey, ich werd jetzt so am Arsch sein! Sehr gut! Ich werd jetzt richtig am Arsch sein! Wobei, das geht eigentlich! Pan hat ja... Hat ja gar nichts mehr da, ne? Komm schon! Schlossallee, komm schon! Schlossallee! Warum sagst du sowas?! Weil ich parteiisch bin! Es tut mir leid! Na, Hase! Boah, Alter! Hase! Ja? Ja, hier, gönn dir! Es ist egal, wer wir arm sind! Los! Los geht's! Tobi, gönn dir, Tobi! Ich weiß! 9000 Cent Nudeln mit der braunen Soße? Ne, komm! Die letzte Cola haben wir raus für Cheeseburger bei Meckes! Ja, super! Speisen wie die Könige! Wir haben übrigens auch ne Filiale bei uns unten im Firmengebäude! Du kommst da auch mit nem Bahnhof, mit nem Zug hin! Von vier verschiedenen Seiten! Ja! Nein! Einkommenssteuer, oh mein Gott! Oh, das ist so, oh! Oh, die Reichen werden reicher! Tobi, weiß! Er kriegt noch 100 Geschenken! Ich habe geerbt, Erik! Entschuldigung! Du hast gemordet! Ja, ich weiß! Entschuldigung! Du hast gemordet, doch! Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen, Tobi! Warte, haben wir euch echt Monopoli die ganze Zeit gespielt! Nee, ich steh auf deiner Seite! Oh Gott, du musst beenden! Hast du gerade gesagt, ich bin fett! Nein, du bist ne Flumi! Ein hyperaktiver Flumi! Hey Tobi, hey! Glückwunsch! Oh geil! Geh ich mich doch einfach für selbst besuchen, oder? Hallo Tobi! Er ist so reich! Er bezahlt sich selber! Hallo Tobi! Guck mal, ich schick den Haus! Oh Gott! Hast du auch geerbt, ne? Oh Gott! Oh Gott! Ich will nicht! Kann ich nicht! Ach, nicht an eine Freikarte! Oh, alter! Hast du Kämpfe! So, zu wem komm ich jetzt? Geh nicht kampflos unter! Ach, ist doch egal! Ja, da hinten geht's, da geht's! Hey, Erik! Was geht? Hey, Curry! Kann ich was Gutes tun, Curry? Ja, hör mal, hau mal rüber da! 32, sagste! Gut, das ist die nächste Mal, ne? Gut, ich weiß mir einmal in die Hose gucken, und dann ist gut! Alle klar! Oh, ja, ja, ja! Ich will nicht würfeln! Achso! Sie sind am Zug! Ja, danke! Das weiß ich! Oh Gott! Ah! Beeindruckend! Hey, ein Paar! Hey, ein Paar! Hey, danke Tobi! Oh mein Gott! Ne, noch nicht! Oh mein Gott! Jetzt kommt bis auf irgendein Feld von Tobi! Rücke vor bis zum nächsten Versorgungswerk, wirf die Würfel und zahle dem Eigentümer den Ze... Was?! Spielen wieder! Alter, willst du mich verarschen? Okay, das nicht! Aber wie viel war denn das jetzt? Hä? Alter! Ja, genau! Ne! Geben sie nicht auf! Achso, ja gut! Achso, das geht doch! Das geht doch aber so! Ja, Tobi, das kann man... Alter, 3000! Geile Firma! Da brauchen wir jetzt aber auch mal nicht knausern jetzt, Curry, ja? Ne, ist unsere Firma, alles gut, Tobi, ich gönn dir! Wenn du gewinnst, gewinn ich auch, weißt du, das ist ein Vorteil! Ja eben, eben Curry! So, von der Seite musst du das mal sehen! Ja, natürlich! Also, so hab ich's gar nicht betrachtet bisher! Ja, Pan, gut! Sehr gut! Hey, Glückwunsch! Da kommt's hin, wenn du bei Gott bist! Ja! Ich hab ihn nicht mal runtergeladen! Schnuppertach! Hey, Tobi, komm! Alles klar! Pasch! Hey, Tobi, Pasch! Glückwunsch! Super! Wahnsinn-Typ! Find ich jetzt nicht so gut! Oh, Bahnhof! Alles da, Tobi, ich danke dir! Das ist superlieb! Hier, komm! Keine, kein Problem! Alles klar! Macht 200 Euro! Dankeschön! Dankeschön! Das ist gar kein Problem, Erik! Ich mach das wirklich gerne! Ich weiß, dass es wirklich gar kein Problem für dich ist! Ja! Alter, was macht der denn? Warte mal, ich muss ja mal hier gucken, dass wir die blaue Straße noch ein bisschen ausgebaut kriegen, weil das ja schon ein bisschen lächerlich ist! Das musst du wirklich gar nicht gucken! Hä? Was? 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 Dann können wir keine Häuser mehr bauen? Oh, du musst glaube ich erst Hotels auf deiner anderen Straße bauen, damit wieder Häuser frei sind! Ja, das kann sein! Okay! Letztes Haus? Hä? 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 Warte, warte, warte! Hey, warum bin ich dafür 100? Was ist das? Ich verstehe das gerade nicht! Dobi, zieh zurück einfach! Hab ich schon, hab ich schon! Mach dir mal! Viel Spaß! Alles klar, tschüss! Hab ich jetzt ein Haus? Ja, du hast jetzt ein Haus! Hä? Warum hast du das, Hase? Kannst das jetzt auf dein Grundstück setzen, wo du hin willst! Ja, weil ich dachte, ich mach den Spaß mit! Okay! Was kostet denn ein Hotel? Warte mal! Oh nein! Was ist das hier das Hotel oder was? Ich glaub 200, oder? Ich glaub 200, oder? Du kannst, du kannst du jetzt ein Haus bauen, ne? Nee, da geht's nicht, ne? Hab ich vorher, hab ich... Ach, hier hab ich... Ach, hier hab ich... Ach, hier hab ich ein Hotelfehler, wenn dein Haus fehlt! Ich kann kein Haus mehr bauen! Oh, wenn jetzt noch jemand ein Haus hätte! Ja, wenn jetzt noch jemand ein Haus hätte! Ach nee, Erik, lass mal! Brauch ich gar nicht! Ja? Alles gut! Ja, ich bin doch sowieso! Ja, ich bin lieber ein Palate! Äh, sie darf ich doch mal wöffeln! Nee, du kannst einfach nur warten! Das Haus kommt von allein zu! Du hattest doch einen Pasch, Tobi! Du hattest einen Pasch! Ach ja, richtig! Na acht! Dann ist entspannt, die Acht! Guck ich denn mal hin? Nach Pink? Wieder zu Erik? Bahnhof oder was? Ab zum Bahnhof! Ah ne, Häuschen! Guck mal Erik! Oh, ich hab ein Häuschen! Oh, wie süß! Oh, Erik! Onkel, Onkel, krieg ich 90 Pfennig! Sag mal! Seht ihr gerade, wie wir aussehen neben den Tobi? Das ist ja traurig! Ja, das ist ja echt krass! Der Tobi hat uns alle in der Tasche! Also, ich freu mich natürlich! Das ist einfach Wahnsinn! Für mich hat Tobi schon das Spiel gewonnen, eigentlich! Viel Glück! Ah, weiß ich nicht! Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist! Eben! Oh, du hast den Bus, du! Ganz easy! Äh, ja, aber wohin komm ich denn jetzt? Mach mal elf! Elf ist gut! Wo bin ich denn? Da sind die roten Felder! Ja, aber elf, da komm ich doch zu Tobi hin, oder? Einfach ab deinem Feld, fünf Felder oder sechs Felder! Ach, scheiß drauf! Was? Ja! 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 Oh, schade! Nein, ich hab ja ne Karte! Aber die muss ich nicht benutzen, oder? Musst du nicht, ne! Müsst du doch irgendwann nochmal im Stream spielen! Oh! Ne! Ist doch nicht abgestört! Ich spiele die nie wieder! Oh! Ich hab den Bus! Alles klar, Alter! Oh, hab ich den Glück! Aber wir müssen nach Currys Zug die Folge schon wieder beenden! Was? Ja! Oh! Oh! Das Spiel macht mich fertig! Sie sind zu Hause! Oh! Ich hab die Sorge, beim Havesco gibt's noch andere Spiele! Dann, äh... Tschüss, ne! Ja, tschüss! Ja, alles klar, bis zum nächsten Mal! Ah, ich bin so doof! Achso, was war das jetzt schon? Hey, gut gemacht, Pan! Gut gemacht! Gut, ne? Ja, Reflect! Hey, Pan, was geht ab? Oh! Alles klar, dann! Jetzt schonmal vielen Dank für die Zuschauer! Bis zur nächsten Folge! Wir sind so am Arsch! Tobi regiert! Tschüss! Tobi ist von der Trump! Tschüss! Boah! Trump-Nail! Hallo und herzlich willkommen bei dem schönsten Spiel der Weltmonopoly! Keiner will wieder außer Tobi! Keiner will wieder außer Tobi! Alter, guck dir mal die Holzerhande aus wie bei Narcos, Alter! El Presidente! Hey Patron! Hey Patron! Ciao! Blombo auf Blommer! Blombo auf Blommer! Ich bitte mal, mal gucken! Wenn jetzt Pasch-Pasch, dann mach ich alte Vier! Bitte Pasch! Ich mach alte Vier! Oh! Oh nein! Oh! Ich hätte dir echt geklappt, Erik! Schade! Schade! Nee, Tobi, das Glück ist mir nicht heult! Curry, passt auf dich auf! Ja, ich... Oh mein Gott! Der Erik ist ja... Safe! Oh! Oh! Was?! Och nicht euer Ernst, Alter! Was hat der denn mit diesen Bahnhöfen die ganze Zeit? Oh, das fühlt sich so gut an! Was hat der denn mit diesen Bahnhöfen, Alter? Das gibt's doch nicht! Die Harnhöfe! Die Harnhöfe! Mann, 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 ey! Oh! Hey, Pan! Was geht ab? Oh nein! Natürlich! Alles klar! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Tobi, willst du dir meine braune Straße kaufen? Für 1000! Komm, Tobi! Für den normalen Preis einfach! Jetzt im Spezialangebot für 2700! Oder warte mal! Nee, warte mal! Die vier... Oh, du könntest mich noch retten! Und drauf kommt! Was? Ja, der braune Straße! Oh, oh! Huch! Die Häuser! Oh nein! Deine Häuser! Hä, das war eine 3! Nee, der ist nochmal gekippt, der Würfel! Ja, die stand aber auf... Ja! Oh! Oh! Okay! So schnell kann sich das Blatt wenden, Pan! Boah, geil! So schnell kann sich das Blatt wenden, ne? Alter! Sag ich doch! Diese Straße, Mann! Han, wie sieht's denn mit der Schlossallee aus? Sag mal, kann man da in Verhandlung kommen? Boah, nee, Tobi, das ist mein einziger, meine einzige Chance! Mit der braunen Straße! Die hättest du dann komplett! Das können wir machen! So, toi toi toi! Nein, wird's ein paar... Sag Bescheid, Tobi, ne? Achso! Ja, ich guck mal noch! Ich beobachte das mal noch! Ich würd dir den normalen Preis dafür geben! Oh, doof! Oh, so'n Mist! Schade! Ja, ärgerlich! Schade! Tut mir leid! Viel Glück! So, ab zu Tobi! Curry, war's schön mit dir? Oh! Ich hab den Bus! Ich hab den Bus! Oh mein Gott! Erik, ich komme! Erik! Du 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 du! Oh, Alter! Boah! Oh, das Spiel kehrt mich! Alter! Oh Gott, ich hab... Oh mein Gott, ich hab... Oh nein! Nein, 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 nein! Vor... Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ja ich jetzt natürlich, oh Gott, ich will ja auch, dass es endet, weißt du? Vankraut, tschüss. Das Ding ist, wenn du den Pan jetzt die blaue Straße verkauft, dann hat sie ja gar nichts mehr um wieder Geld zu bekommen. Das meine ich ja, das ist das Schwachsinn. Das heißt also, irgendwann ist es wirklich, irgendwann musst du das einsehen haben. Stell dich deinem Schicksal Pan. Weißt du was? Einfach für das Display und damit wir irgendwann auch mal wieder andere Spiele spielen können, würd' ich jetzt tatsächlich bankrott gehen. Ich find' aber meine Strategie war nicht allzu scheiße. Voll die Ausrede. Du kannst schon mal den Kopf, wo ist denn der Kopf hier? Ne, end das ist bankrott, end. Ja. Wo ist der? Achso, achso, end. Ja, Moment mal, ich hab, ach da. Ähm. Oh Gott. Obwohl. Nein. Was? Was passiert mit den, mit den Straßen jetzt? Die sind dann wieder frei. Die sind wieder frei dann, genau. Also ich kann jetzt theoretisch eine von den blauen Straßen halt den Tobi verkaufen, aber da bringt mir dann halt trotzdem nichts mehr. Weil ich ja dann meine Häuser auch auf den Straßen verliert. Deswegen, es war schön mit euch. Es tut mir leid. Nein. Was? Hä? 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 Was? Wie? Hä? Was? 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 Hä? Uwe! Ihr Schweine! Hä? Pan, was hast du getan? Was hast du getan? Was hast du getan? Ich würd sagen, Pan hat gewonnen. Hä? Aber das macht doch gar keinen Sinn. Das ist so. Nein, der, da stand, der Spielleiter hat, äh, und das ist der Curry. Der Curry hat nämlich angeblich die Verbindung verloren. Ich habe gar nichts, ich habe nichts gemacht. Null. Was ist das denn für ein Kurs? Schade, dass niemand gewonnen hat. Schade. Ey, das sind fünf Minuten. Wir sind alle Gewinner. Äh. Wir müssen das doch an die andere Folge herankleben. Ja, ja, ja. Alter. Alter. Ich, jetzt, jetzt wissen wir auch, was die Leute meinten auf Steam. Die eine Bewertung geschrieben haben, das, ähm, ja. Fix your shit, Ubisoft. Ja, aber ernsthaft, mach nicht solche Spiele. Tobi hat sich ja richtig gelohnt, die letzten drei, vier Stunden. Bitte, jetzt erkauft doch die Lizenzen für die Spiele. Ich war grad kurz vorm Gewinn. Oh Mann. Ja, ich war auch dabei, ich war ein Gefängnismann, alles ging back auf. Aber die Grund, das, dieses Grundding, das, das wir aufeinander spielen können, das muss doch vorhanden sein. Ubisoft, mach nen Patch. Bitte. Patch. Patch. Mach mal ein Patch raus. Mach doch mal. Jetzt Uno oder was? UbiSoft, UbiSoft, ihr habt doch schon mit Monopoly die IP offenbar. Dann macht doch Monopoly Assassin's Creed Edition und die ganzen anderen Editions. Aber macht das vernünftig. Ihr habt die Möglichkeit. Die Spiele sind geil. Also ich hasse Monopoly, aber ihr wisst, was ich meine. Das war echt schön gemacht, aber es muss doch, es muss halt möglich sein, auch zu spielen. Und ich wollte jetzt grad meine Strategie raushauen, wo ich den Tobi richtig nackig mache. Ja, natürlich. Ich wollte grad richtig ernst machen jetzt, aber schade. Aber sind wir mal, aber sind wir mal. Jetzt kann man den Plottwist verraten. Ganz ehrlich, ich hätte euch beide gefickt. Da, komm, Tobi, Tobi hat gewonnen. Schon wieder? Tobi hat wirklich gewonnen. Ja, Tobi hat gewonnen, hat er gut gemacht. Also ich hab auch gewonnen, weil wir sind ja in einer Firma gewesen. Aber was ist denn der Plottwist? Was ist denn der Plottwist? Ja, Wahnsinn, Tobi. Wahnsinn. Ne, den gibt's gar nicht. Kleine Drecksau. Ich hab gewonnen. Ich hab alleine gewonnen. Bravo Tobi, bravo. Was willst du denn jetzt? Mein Träumchen. Aber trotzdem ärgerlich. Schade, dass der Spieler das Spiel abgebrochen hat. Find ich nicht gut. Schade. Schade. Das ist der Plottwist gewesen. Aber es hat echt Spaß gemacht trotzdem. Auf jeden Fall. Ja, war cool. Machen wir gleich noch eine Runde, ne? Nein. Boah, ja, ja, super. Tobi, wir können mal wieder Menschen ärgerlich nicht spielen, weißt du? Das hat aber auch Spaß gemacht, leider. Boah, ihr war nie, dass du den Tisch ungeworfen hast. Das war richtig schön. Es hat leider echt Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Müssen wir immer mal wieder spielen. Ja, ja. Nimm dir das Spielzeug, ey Mann. Ist das so ein Kamm mit Butterpapier? Ach so. Das ist ein Kasu. Hört sich an wie so ein Kamm mit Butterbrotpapier. Das ist Currys Nasenflöte. Ja, genau so ähnlich. Nach der OP so. Ja, genau. Ja, dann war das Monopoly schon, ne? Ja, wir haben das wie gesagt an die andere Folge herangeschnitten, also nicht wundern. Ja. Genau. Was wir gedacht haben, willkommen zu ner neuen Folge. Ja. Ist ja leider nicht so. Ja, blöd. Ist halt schön. Ist halt schön. Ist halt schön. Am Ende haben wir alle gewonnen. Ja, das glaub ich, Tobi. Wir sind alle Gewinner, ja. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge, Spiele und Dinge. Mal gucken. Ja, Speedrunners am besten. Ja, geil. Nein! Oder vielleicht endlich mal wieder TTT oder DBD, wär doch mal ne Idee, oder? Okay, Tobi. Ja, Tobi. Geiler Vorschlag, Tobi. Also, ich wär dabei, TTT. Also, ich wär dabei, TTT. Also, ich wär dabei. TTT. Die anderen beiden wollen nicht, die anderen beiden wollen nicht. Die wollen nicht. Die wollen alle nicht. TTT. TTT. Was? Stürmer geht noch acht Tage. Tschüss. TTT. Lasagne, Lasagne. Stürmer geht noch acht Tage. Okay. Spooky, scary skeletons send shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your duty night. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize. I don't think we should. A spooky, scary skeleton shout startling shrilly screams. Das nicht an der Sack, ab mir gött sein.